Wir sind hier auf einem Übungseinsatz der Feuerwehren vom Nordkreis. Wir haben hier die Firma Valensina. Dort ist im Aromenlager ein Feuer ausgebrochen. Das hat sich dann sehr schnell ausgedehnt auf ein Kartonagenlager und es wurden dementsprechend auch Mitarbeiter, weil der Betrieb zurzeit läuft, vermisst. Es wurde eine Menschenrettung vorgenommen und dementsprechend wurden dann auch die Rettungsdienste dazugezogen und die Feuerwehren hier halt eben im Nordkreis. Ja, also es sind die Feuerwehren Langförden, Vechta, Barkum, Schwichtler, Lutten, Fisbeck, Lohne und die SEG aus Fisbeck und Vechta. Wir sind so mit circa 200 Kräften hier vor. Fisbeck.